das gebäude ist einsatz und ich sehe schon mal dass sie da wieder hochgelaufen kommen also sollte ich meine armee erstmal in die richtung bewegen und ja ich sollte wirklich von der richtung dann aus aufräumen hier ist glaube ich gar nichts mehr wirklich wohin das gebäude ist einsatzbereit ist was ja schon gut gegen den einzelnen h7 krieger kann ich mich gut verteidigen das gebäude ist kann aber auch sein dass jetzt langsam die angriff erst mal abreißen wohin das gebäude ist einsatzbereit ich bin müde also wir werden so um die 50 orks umbrauch ok aber sie rennen wieder unten lang ist die frage kommen sie dann zurück oder also hier hoch gerannt oder kommen sie hier drüben hoch das werde ich sehen wenn sie hier sind so Vielen Dank. Ist was. Ich bin müde. Okay, gerade stehen sie hier. Sie drehen wieder um. Okay, das heißt, sie kommen wahrscheinlich durch die Mitte hindurch. Was wollt ihr? Ich sollte auch jeweils... Fünf Trommel auf jeden Fall sollte ich mir holen. Augenbläser bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber ja, sie kommen durch die Mitte. Warum haben die sich gerufen? Was fehlt sie? Ihr könnt nicht vorbei. Oh, da kommt gleich noch eine zweite an. Tot den Feinden! Was jetzt? So. Na los! Was wollt ihr? Arbeit! Was jetzt? Schon dabei! Oh, da kommt viel jetzt, aber... Ein Gegenangriff! Die meinen es ernst! Die meinen es ernst! Ein Meter Rat bis jetzt verloren ist doch eine gute... Klanbrüder zu mir! Guter Tausch bis jetzt. Für das, was wir schon alles getötet haben. Oh, ich habe wieder genug... Für noch mehr... Fünf Veteranen... Brand nur. Ich werde jetzt wirklich mal kurz gucken gehen, ob hier überhaupt noch was steht. Das Gebäude ist einsatzbereit! Das Gebäude ist einsatzbereit! Oder ob die Seite schon friedlich ist. Stehen Gegner rum? Ja, aber ich sehe keine Gebäude mehr. Ok. Aber sie kommen wieder. Kämpft! Ich finde es lustig. Irgendwas ist mit den Schützen auch kaputt. Die benutzen jetzt Kampfstäbe statt... Ja genau, Armbrüsten. Das habe ich aber hoffentlich nicht durchs Laden kaputt gemacht. Ich rieche Blut! Zu den Waffen! Naja, hier unten sieht es aus, als ob hier... Mich hat's erwischt! Das Lager... Arbeit! Ja, immer nur Arbeit! Weg wäre. Was jetzt? Beschleunigen wir mal unsere Nahrungsmittelproduktion ein wenig. Eh be turz, Pay, erst malias! Ich gehe mal unsere Nahrungsmittel. Wir gehen da auf 8 сумки. Und dann geht es dann in einen Rowania. O drainamos alles. goddacken. So, einer wird doch gehen. Weil hier kann ich keinen Garten mehr reingepätschen, leider. Das war's hin also. hast du sonst keine last so die heute abbreiten wenn du wieder da bist auch ab wir können hier eine neue errichten erst einmal was wollt ihr ja schon gut da kommt schon wieder eine angriffswelle von dort sollten wir aber mit klar kommen ok rennen auch erst mal wieder vorbei ja ich sollte gucken dass sobald ich 50 orks habe das schon dabei lager da drüben ausräucher und dann alles andere ausräucher deswegen bemühe ich mich ja gerade die nahrungsproduktion das gebäude ist einsatzbereit schon dabei zu boosten ach die hasim schützen haben jetzt endlich mal wieder aber sie kommt zurück ok sie kommen jetzt auch wieder durch die mitte so alle meine schweinchen sind auch versammelt verbesserung ist fertig gesteckt jetzt haben wir jede verbesserung und jedes gebäude ich wollte wirklich wissen langsamer schön das gebäude ist einsatzbereit aber gut die einen rennen wieder darunter erst mal bevor sie angerannt kommen so unsere schweine zuchten sind bereit die nahrung kommt auch gut rein ein gegenangriff ein gegenangriff zu den waffen und die nächste welle kommt auch schon die kommen sogar gleich die wollen es wissen man merkt aber dass sie ich was ich stufe 21 orks habe und nicht nur stufe 19 also nicht die runde genommen habe weil die stufe 17 am menschen die haben ja gegen die h7 nicht so eine tolle nicht zurückweichen hinterkommt hinterkommt Da laufen schon wieder. Welche lang? Ich könnte sie eigentlich auch gleich abfangen, wenn sie hier hochkommen. Das wäre einfacher. Anstatt zu warten, dass sie... Was wollt ihr? Lasst uns lieber Krieg führen. Was jetzt? Ja, schon gut. Dafür habe ich doch die drei. Anstatt zu warten, dass sie da einmal rumlaufen. Weil von hinten rum kommt fast nichts mehr. Es kommt alles nur noch von vorne.